Wir kommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich selber ertappe mich auch häufig dabei, dass ich tatsächlich glaube, dass ich für immer hier bin und dass ich tatsächlich glaube, dass ich das, was ich habe, dieses Glück, die materiellen Dinge auch, die ich habe, dass sie für immer da sind. Wir leben, die meisten von uns leben so in den Tag hinein, dass wir, auch wenn wir spirituell sind, dass wir tatsächlich doch davon ausgehen, dass wir für immer leben. Auch was die aktuelle politische, weltwirtschaftliche, schwierige Situation anbetrifft. Viele Hamstern jetzt, ja, haben Vorräte. Manche, und ich kenne auch Leute, die haben Vorräte, von denen ich spüre, dass sie die niemals aufbrauchen können. Nicht in den nächsten 20, 30 Jahren. Aber wenn ich schon 70 bin, dann brauche ich vielleicht gar nicht so viele Vorräte. Dann sollte ich vielleicht lieber entspannen und Spaß haben und mir nicht zu große Gedanken machen. Und ja, einige Zuschauer sagen dann, ja, aber ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder. Die Kinder und die Enkelkinder haben ihre eigenen Aufgaben zu bewältigen. Und vielleicht kommt es ja alles ganz anders, als wir uns derzeit vorstellen können. Vielleicht gibt es ja eine ganz andere Entwicklung. Der Mensch denkt, der Schöpfer lenkt, so ist es immer gewesen. Immer. In fast allem in eurem Leben. Also, hier nochmal, für euch. Lebt. Genießt. Das Einzige, was ihr mitnehmen werdet, sind die wunderbaren Erlebnisse. Ist die Liebe, ist das, was ihr für andere getan habt. Und damit natürlich auch für euch getan habt. Und damit auch für die Erde, für den Schöpfer, für diesen Planeten getan habt. Je mehr ihr tut, je mehr ihr sorgt, je mehr Verantwortung ihr habt. Manche schreiben mir, ich habe die Verantwortung für meine Eltern, für meine Großeltern, für meine Kinder, für meinen Ehemann. Auch noch die Verantwortung für die Schwiegereltern. Ich habe so viel Verantwortung. Frau Zimmermann, Sie können sich das kaum vorstellen. Und manchmal bin ich todmüde. Wenn ich diese Verantwortung habe und trage und übernehme und wirklich aus Liebe übernehme, dann weiß ich, dass ich schon alles richtig gemacht habe. Und dann habe ich vielleicht nicht die vollen Schränke mit Tassen und Teller und vielleicht sogar Schuhe oder was auch immer. Oder Silberbesteck oder was auch immer. Dann bin ich aber ein unglaublich reicher Mensch. Je mehr ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, Dinge zu tun, aus der Liebe heraus, aus der Positivität heraus. Je mehr ich dazu bereit bin, desto mehr arbeite ich auch an mich. Eine Krankenschwester, die wirklich noch bleibt, drei, vier Stunden bei ihrem Patienten, obwohl sie schon längst Feierabend hat. Die sagt, ich muss hier bleiben, weil ich weiß, das sind jetzt seine letzten Stunden. Und ich habe den Patienten jetzt über mehrere Wochen gepflegt. Ich bleibe hier. Ich kenne übrigens solche Krankenschwestern. Das sind Krankenschwestern, die natürlich sehr spirituell sind, auch wenn sie sagen, damit habe ich nichts am Hut, dafür habe ich keine Zeit. Sie sind spirituell. Sie sind es einfach. Sie brauchen nicht darüber zu reden. Sie brauchen nicht darüber nachzudenken. Sie sind es, weil sie so leben. Ja, weil sie dieses Leben so führen. Oder jemand, wie gerade gesagt, der sich um so viele, die oder der, sich um so viele Menschen kümmert. Das sind Menschen, die Verantwortung tragen. Das sind Menschen, die eine Verbindung zu ihrer Seele haben, auch wenn sie sie vielleicht nicht immer spüren. Das ist das, weshalb wir hier sind. Wir sind hier, um zu lieben, für andere zu sorgen, auch für uns zu sorgen. Gutes zu tun. Negative Energie in positive Energie zu verwandeln. Alles um uns herum, alles auch in uns ist Energie. Es gibt nur Energie. Ganz viel dieser Energie sehen wir nicht mit unseren Augen. Deswegen heißt es manchmal, schließt die Augen. Zum Beispiel bei einer Meditation schließt eure Augen. Dann seht ihr andere Dinge. Und manche können während einer Meditation tatsächlich auch in eine andere Dimension wandern. Ihr seht mit geschlossenen Augen oft mehr als mit offenen Augen. Unsere Augen sehen, ja, sehen alles Materielle hier, aber eigentlich sehen sie sehr wenig. Wir sehen die Engel nicht um uns herum. Wir sehen die Energien nicht um uns herum. Wir sehen auch die negativen Kräfte nicht, die um uns herum sind. Wir sehen sie nicht. Manchmal spüren wir sie aber. Manchmal spüren wir sie. Seid euch darüber bewusst, dass sie da sind. Immer. Wir leben in der physischen Welt. Aber die metaphysische Welt ist da. Die Metaphysik ist immer da. Manchmal komme ich in einen Raum. Das kennt ihr alle. Wir haben darüber schon oft gesprochen. Da sage ich, es ist hier so kalt. Mir wird einfach nicht warm. Dann weiß ich, dass ich in einem Raum bin, wo sehr viel negative Energie ist. Oder ich treffe einen Menschen. Den habe ich noch nie gesehen. Und am liebsten würde ich denjenigen umarmen. Oder umgekehrt. Ich treffe jemanden und ich sage, da möchte ich mich fernhalten. Da ist so viel falsche Energie. Klar, meine Aufgabe wäre es vielleicht, die negative Energie in positive zu verwandeln. Aber manchmal, nicht immer, habe ich darauf auch Lust. Und das ist legitim. Das ist okay. Ich kann nicht die ganze Welt retten. Wir haben oft darüber gesprochen. Ich kann nicht der Putzlappen der Welt sein. Oder der Nation. Oder der Straße. Manchmal habe ich darauf keine Lust und sage, und ich sollte mich auch nicht mit solchen Menschen umgeben. ganz kurz vielleicht, um zu helfen. Aber das, die Umgebung, mit der ich mich umgebe, die Umgebung, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die Menschen, die in meinem Umfeld sind, die prägen natürlich auch das, wie ich bin. Die prägen auch meine Energie und die prägen auch tatsächlich meine Entwicklung. Wenn ich mich mit Menschen umgebe, die mir nicht gut tun, glaubt mir, dann kann ich mich nicht weiterentwickeln. Dann bleibe ich stehen. Manchmal muss ich Menschen gehen lassen. In Liebe. In Liebe gehen lassen. Oder kann die Trennung manchmal auch mit Tränen verbunden sein. Oder mit Wut, mit Streit, mit Lautigkeit. Aber trotzdem, manchmal tut es mir besser. Es ist nicht leicht, aber es tut mir besser. Es ist meine Entscheidung. Menschen haben unglaublich viel Energie. Und je spiritueller Menschen sind, desto weniger können sie auch in großen Menschenansammlungen sich aufhalten, weil sie das spüren, was da ist. Ich bin letztens mit dem Bus von Maastricht gefahren und der Bus war so rappelrappelvoll. Das habe ich noch nie erlebt. Also ich war die allerletzte, die zum Glück einsteigen konnte. Vorher war schon ein Bus gekommen, der war überfüllt. Da konnte ich nicht mit. Da habe ich gedacht, von Maastricht aus. Das ist jetzt wie in Indien oder in anderen Ländern, asiatischen Ländern, wo es oft sehr voll ist. Also ich war die Letzte, die sich noch in diesen Bus reinquetschen konnte. Und um mich herum standen nur junge Leute und die sprachen Russisch. Und dann habe ich natürlich gefragt, wo kommt ihr her? Die kamen alle aus der Ukraine. Und wir haben uns dann von Maastricht bis fast nach Aachen über ihr Schicksal unterhalten. Und ich bin ja sehr neugierig immer. Und die wollten auch sehr gerne erzählen. Irgendwann haben dann alle angefangen zu erzählen über ihre Situation. Und dann habe ich auch wirklich noch mal gedacht. Und auch wir haben darüber geredet. Wir sind alle Menschen. Es waren wunderbare junge Menschen. Auch gut gekleidet. Die haben ein schönes Zuhause in der Ukraine. Mussten es verlassen. Und ein Mädchen hat dann etwas gesagt. Das hat mich dann wirklich berührt und ist in meinem Kopf seit Tagen. Sie hat mir gesagt, sie sagt, zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich wirkliche Angst gehabt. Also richtig Angst. Ja, wir reden auch hier in diesen Videos oft über Angst. Angst. Angst, ja, Angst davor, den Job zu verlieren. Angst davor, nicht mehr die Rechnungen bezahlen zu können. Und sie meinte zum allerersten Mal, als diese Missiles flogen und das um unser Haus rumflog, habe ich solche Angst gespürt. Da hatte ich eine Angst, die war anders als das, was ich bis jetzt gespürt habe. Das war so eine Überlebensangst. Angst, dass ich nicht mehr bin. Und da habe ich gedacht, ja, das ist diese Urangst, wo wir so oft darüber reden, auch wenn ich zum Beispiel Auge in Auge mit einem Tiger stehen würde. Ja, oder tatsächlich in der Situation, von der dieses Mädchen gesprochen hat. Und sie hat mir so leidgetan. Leid? Mitgefühl. Ich hatte so viel Mitgefühl, weil ich gedacht habe, was für eine Situation. Nicht weit von uns entfernt sind junge Menschen, so alt wie meine Kinder, und haben Angst zu überleben. Wer hätte gedacht, dass das mal so nah kommt? Und es kann immer, jederzeit, und ich hoffe es nicht, toi, 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 ich hoffe es nicht, es kann aber jederzeit irgendwo hier zu dem kommen. Und warum? Warum? Weil es um Macht geht und um Ego und manchmal auch um Geld. Wir haben die Chance, das zu ändern, indem wir uns verbinden mit anderen Menschen, mit anderen Bürgern und sie aufnehmen, so wie sie sind. Ja, ohne zu fragen. Vielleicht haben die doch ein Interesse daran, hier zu sein. Welche Rolle spielt es? Wer verlässt schon gerne sein Zuhause? Das könnt ihr euch ja auch vorstellen, dass das keiner gerne macht. Ja, ich weiß, jetzt werden einige sagen, da predigt sie wieder, aber ich meine das aus meinem tiefsten Herzen. Wir sind alle Menschen, wir kommen aus der gleichen Quelle. Irgendwann sind wir wieder gleich. Alle die gleiche Quelle, wie das Wasser. Und deswegen danke ich euch, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt, für euch, und ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag.